Es ist gerade Warped gegangen. Ja, das hab ich auch gemacht. Stopp! Wir würden jetzt bei dem mitmachen. Sian springt runter und alle müssen ihn in der Luft abschießen. Leg an! Oh ja! Okay, hör zu, aber ich geb dir nur viel. Nein, 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 schießt sobald er springt. Schießt sobald er springt. Okay, auf die Plätze. Und los! Nächste Feindiger. Ich will... Ich auch nicht will. Kakashi, du als nächster. Such's dir aus. Los, lauf! Also davon will ich ein paar Stream-Shots machen. Ich nehm's schon auf, ihr nehm's schon auf. Gib's dann. Schön. Schönes Video. Ja, wir gucken mal auf den scheiß Backer rauf. Jetzt leg ich hier fest. Ach ja, jetzt geht's weiter. Trollling des Second-Hairs. Ist das eigentlich schon live? Nein. Ist doch egal. Das wär der Hammer. Go, go! Oh, wie geil. Wer wär jetzt? Gakashi? Jo. Das ist voll cool. Das macht echt Spaß, um du zu springen. Das würd ich dann echt auch machen. Das ist cool, stimmt. Nur mit bleiheiliger Luft. Ja, das wär auch geil, sich so mit angelegten Bayonetten da unten hinzustellen. Dann muss einer mit leichter Kaffee da runter springen. Das wär auch geil. Ja, aber müsste man ziemlich gut abpassen, wie weit das fährt. Bist du bereit? Jo. 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 Ca стоacke. Noo. Nein, nein, nein. Toか. Jo. Jagsp geht weiter. Villieter. Was sammelt uns unter den Felsen? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wo red.mig hingegangen ist. Red.mig. Okay, Pidius is active. Geht mal ein bisschen weiter nach links und rechts und verteilt euch hier in die Deckung. Da kommt ne Linie. Scheiße, knallt sie ab. Na, kommt ein Drift. Na, kommt ein Drift. Na, kommt ein Drift. Läuft doch. Erschlecht ihn von hinten. Hinter dir, Connor. Hinter dir, hinter dir. Schiene schießen im Charge. Wollt ihr echt pümpeln? Scheiße. Boah. Boah. Ränker. Ränker hinter dir. Das sind ihr, ja. Schöne Kaffeean. Hinter Sian. Oh Gott, diese Linien hier, welches Pech die noch hat. Okay, ich nehm wieder nochmal Ränker Sian. Gut. Da muss ich dir recht geben, welches Pech die noch hatten auf uns zu treffen. Alter, ich mach doch unbedingt Erfahrung. Ich kann jetzt immer noch so beim Führen, alles. Muss ja schon viel weiter als ich. Muss ja schon bei Commander damit spielen. Bei Commander bei der Hüfte nicht mehr kommunizieren. Der, das mit dem Fehl so ist, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich meine, es ist einfach nur die Schlacht. Läuen, meine Maus. Läuen, meine Maus. Läuen, meine Maus. Läuen, meine Maus. Mokka. Auch unsere Tabelle ist da drauf, wir greifen die Ecke. Aber wir sollten gleich tatsächlich an der Stellung nehmen. Cian, darf ich dir was sagen? Ja, gerne. Bitte. Ja, schießen nicht. Okay. Nein, du musst uns jetzt nicht in den Tod führen, sag ich damit. Aber das solltest du jetzt... Aber das sagt der richtige Flemming. Okay, ist jetzt egal. Cian, entscheide dich von wo du schießen willst. Ja, ja, ja. Okay, komm her und schieß auf die Linie da vorne. Weißfeuer. Aber wir machen es nicht mehr. Also geht alle ein bisschen weiter. Ähm. Damit du was nicht passiert. Warte, 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 warte. Hat genau den richtigen erwischt. Schade für einen Struktur zu bleiben. Er dachte, er hat gerade einen Offizier erschlossen. Sehr schön, Arnie. Leicht. Ist das unsere Artillerie? Also ist das Sexual Art und so? Äh, die sechste ist nicht unsere. Äh, die sechste ist nicht unsere. Ist das die sechste auf unsere Seite? Okay. Das bedeutet mir so. Links um, links um. Und zwar jetzt Marsch. Wir dürfen da jetzt reinschießen. Nein, ne? Da links. Kannst du. Wir dürfen schon rein können. Ja, brauchen wir nicht, Gott. Ja. 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 Ja, ja. 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 Okay, frei einstellen. Linksum und vorwärtsmarsch. Wieso ist Blau bei der feindlichen AT? Auf der anderen Seite? Da bleibt sie im Grunde. Dann gehe ich mal. Autsch. So, gehen die rechts um hier. Rechts, 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 rechts. Was ist da drin? Okay. Okay, ich schieb mal auf, die sich bewegen. Sie sind da vorne. Feuer. Okay, warte, nicht schießen, nicht schießen. Rechts. Rechtsum und vorwärtsmarsch. Wenn das Locker kein Offenshitting war. Äh, shit. Und dann kann ohne zählt das nicht. Ja, ja, trotzdem. Kann mir trotzdem auf mich ziehen. Locker, nichts reinschreiben. Hier in der Kooperation und vor einer reingelassen. Locker kann er. Linksum. Jetzt. Rechts. Was ist das mit linksum? Alkohol. Dissert. Und dann ist es überhaupt nichts zu verstehen. Ja, hier unter den hjälpern. Ja, ja, hier unter den Jägern. Bleiben. Wir sollten nicht schießen. Warum hocken Sie auf dem Hof? Ey, die Feindliche hat mir gewinnt, den diesmal die Bundeswehr. Gut, Sie haben das hier. Hey Kaka-Schi, müssen wir mit. Angreifen. Ja, mit angreifen? Ja. Wollte ich lieber schießen? Oh, du wirst noch Zeit. Jetzt an den... Schieß noch. Jetzt Charging. Und hinten. Ist es. Auf Sie! Mist. Nick, auf die Kavale, Jan? Okay, ernsthaft? Das ist die Unsere. Nee. Er ist nicht uns. Feier! 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 Komm, alle hinlaufen. Die Kavale, die unter meinem Stand. Ja, Kau-Schi, unsere Kavale schießt auf. Boah, was ist da unten das denn alles? Ein Gegner. Shiyan! Freies Feier! Das ist Freies Feier. Achso, ich hab das nicht gehört. Okay, Leute, da ich schon... da ich jetzt schon die Befehle von Tieren höre, sind wir mal alle ein bisschen ruhiger. So, halt, mich schießen. Kommt jetzt mal mit. Kommt mal kurz mit. Nicht nachladen, komm kurz mit. Hast du schon. Dock nach. Ihr seid echt... Na, ich hab mich hier. So, hier, wieder Hals und wieder auf die Linie raufschießen. Und jetzt, schön verteilen, nicht eng beieinander stehen. Das gilt jetzt vor allen Dingen für Mokka und alle linken Mokka. Was zählt für mich? Nicht eng beieinander stehen. Guck mal, die schießen gleich auf uns und wir stehen eng wie eine Linie. Da gehen wir doch massenweise drauf. Feuer einstellen. Scheiße, links. Oh. Schieß, schon, komm schon. Links um, links um und raufschießen. Schieß auf die Linie links. Schieß nicht, dann schießt die Linie im Weg. Dann, weich ihn aus. Cover die Angriff. Bleib die Cover die an. Am besten an der Nene Darschler bleiben. Bleib hier. Bleib hier, bei den Baritaden hier. Bleib hier, die kommen nicht wieder. Bleib hier, die kommen nicht wieder. So, kommt wieder her. Kommt wieder rein. Da kommt einer. Sorry. Der schladet nach. Also die, die in der Mitte stehen, nachladen. Weil wenn wir nicht im Charge sind, dürfen wir ja schießen. Äh. Und so wie ich das sehe, sind wir nicht im Charge. Achtung. Ich hab' gesagt, nicht im Charge schießen, Connor. So, ey. Jetzt kommt. Charge, die Linie dann sind jetzt. Die linke Leute auf und nachzuhauen, bitte. Mach was, Kavalerie. Ja, okay. Wie man sieht's, finde ich, der beste ist. Wie kommen, wo ich das sehe? Kein Ding, aber ich hatte ihn auch, also von daher. Sie müssen hier gestorben, weil die nicht erwischt. Mokka, Mokka. Unser Mann tut jetzt, was uns kennen hat. Mokka. Du wirst ja auch umschlagen. Nein, jetzt auch nicht. So. Schießen und Angriff. Mach das halt weg, nicht Platz. Ich geh zur Artillerie. Komm, Cher, wir machen allein die Artillerie kalt. Halt die auf. Ich würde bevorzugen, wenn wir ihn aufbieten. Können wir ihn aufbieten. Die halt drauf geht auf einmal. Nein. Das war nicht meine Runde. Tut mir leid, Kakashi. Super, du hast ihn selber erwischt. Ach man, echt. Nur weil ich auch so nicht bin. Armin, du musst jetzt, Armin, du musst jetzt noch ein paar Kills machen. Ja, so 20. Scheiße. Also, Armin, du bist gesprungen und die haben gelegt.